UNTERTITELUNG Ist das dafür, dass ich's vergeigt hab? Weißt du, ich glaub nicht, dass wir uns jemals verstehen werden. Jetzt musst du jeden Samstag da rein, um deinen Abschluss zu schaffen mit den ganzen anderen Verrückten und Kriminellen. Sieh eine an, hier kommst du also jeden Samstag her, anstatt zum Training. Tragisch. Hey! Das hier ist Sperrgebiet! Hey Leute! Da ist irgendwas drin. Billy, was hast du da? Leute! Was ist das? Die Bullen! Jemand hätte uns vorwarnen können. Wartet, hab ich. Lauft! Irgendetwas ist da oben passiert, okay? Ich hab mich verändert. Ich bin stark. Wie stark? Unglaublich stark. Oh nein, nein, nein. Bäh, weiter! Ich hab das Gefühl, wir müssen wieder da hoch. Ich werd mit ihr da rüberspringen und dann wirst du nachkommen. Ein Kinderspiel. Dann los, spring! Nein, 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 wartet mal! Jason! Das nennst du ein Kinderspiel? Ich hab schon früher Rangers getötet. Ich hab schon früher Rangers getötet. Es passiert! Es passiert! Es passiert! Es passiert! Ja, das ist... Es passiert! Ein Kinderspiel? Untertitelung des ZDF, 2020